Premiere für Thomas Müller. Zwar stand der WM-Held schon öfter vor einer Kamera, aber noch nie offiziell zusammen mit seiner Frau Lisa. Beide spielen die Hauptrolle in dem neuen Bifi-Werbespot und zeigen sich dabei von ihrer besten Seite. Ja, ist natürlich interessant, mal an so einem Set zu sein, aber macht viel Spaß. Warum Lisa ihrem Thomas in dem Film sprichwörtlich die Wurst vom Brot Cloud gibt es ab November zu sehen, denn dann soll der Spot offiziell auf den Bildschirm kommen.